Amerikas moralischer Verfall breitet sich rasch auf der ganzen Welt aus. Aber einige in Deutschland sehen in Amerika nicht nur die Ursache für den weltweiten moralischen Verfall. Sie machen Amerika für Klimawandel, die finanzielle Instabilität und sogar den Krieg in der Ukraine verantwortlich. Andere beschuldigen Amerika, im letzten Weltkrieg Kriegsverbrechen begangen zu haben und in Deutschland Schuldgefühle eingeflößt zu haben. Deutschland nimmt in Magazinen wie Kompakt und Büchern wie Fremdbestimmt eine neue Rolle an. Statt als Täter wird Deutschland als Opfer der amerikanischen Grausamkeit dargestellt. Amerikas positiver Einfluss auf die Welt nimmt rapide ab. Aber das Umschreiben der deutschen Geschichte und ihre veränderte Sicht auf Amerika ist ein ebenso gefährlicher Trend. Deutschland mag einige der Fehler Amerikas erkennen. Und davon gibt es viele. Aber es übersieht auch Gottes große Absicht für diese Nation. Heute im Wochenrückblick werden wir dieses Thema ausführlich besprechen. Aber zuvor eine kurze Übersicht, was in dieser Woche sonst noch so wichtig war. Die Republikaner im amerikanischen Kongress haben am Donnerstag ein Dokument veröffentlicht, in dem die Bidens entlarvt werden, weil sie einen ukrainischen Geschäftsmann dazu gezwungen haben, ihnen Millionen von Dollar zu zahlen. Im Gegenzug halfen sie, den Staatsanwalt zu entlassen, der gegen sein Unternehmen ermittelte. Das ist Hochverrat auf höchstem Niveau in Amerika. Der Chefredakteur der Posaune, Gerald Flury, beschreibt die Korruption in den USA in seinem Buch »Amerika unter Beschuss«. Fordern Sie noch heute Ihr kostenloses Exemplar auf unserer Webseite dieposaune.de an. 240 deutsche Soldaten sind in Australien eingetroffen, um vom 22. Juli bis zum 4. August an grenzüberschreitenden militärischen Übungen teilzunehmen. An denen mehr als 30.000 Soldaten aus zwölf verschiedenen Nationen teilnehmen, um eine mögliche chinesische Invasion in Taiwan abzuwehren. Wie das taiwanesische Verteidigungsministerium am 15. Juli mitteilte, schickte China innerhalb von 24 Stunden 16 Kriegsschiffe in die Gewässer um Taiwan. Damit wurde ein neuer Rekord für chinesische Aggressionen an einem Tag aufgestellt. China betrachtet Taiwan als eine abtrünnige Provinz, die unter seiner Kontrolle stehen sollte, während Taiwan sich selbst als unabhängige Demokratie betrachtet. Die USA unterstützen Taiwan angeblich mit militärischer Ausrüstung und Ausbildung, um es vor einer chinesischen Invasion zu schützen. Die US-Regierung hat jedoch in der Vergangenheit in Bezug auf Taiwan gegenüber China kapituliert. 1998 gab Bill Clinton als erster amerikanischer Präsident dem chinesischen Druck nach und gab eine Erklärung gegen die taiwanesische Unabhängigkeit ab. Herr Flory sagte zu dieser Zeit, Dies bedeutet, dass Taiwans Tage der Freiheit gezählt seien. In seiner Erklärung vom 18. Juli bezeichnete die Europäische Union die Falklandinseln, die sich im Besitz des Vereinigten Königreichs befinden, mit ihrem argentinischen Namen. Das Dokument wurde im Anschluss an ein zweitägiges Gipfeltreffen von Staats- und Regierungschefs aus der EU, Lateinamerika und der Karibik in Brüssel veröffentlicht. Es ist das erste Mal, dass die EU den Anspruch Argentiniens auf die Inseln in einer gemeinsamen Erklärung offiziell anerkennt. Argentinien begrüßt die Erklärung als diplomatischen Triumph. Das Vereinigte Königreich spart die EU um eine Klarstellung, was jedoch abgelehnt wurde. Großbritannien hat die Falklandinseln seit 1833 ununterbrochen bewohnt und beherrscht. Im Referendum im Jahr 2013 stimmten 99,8% der Wähler auf den Falklandinseln dafür, ein britisches Überseegebiet zu bleiben. Trotzdem zeigt die biblische Prophezeiung, dass Großbritannien dieses strategische Seetor verlieren wird. Die Bibel prophezeite, dass die heutigen Nationen Israels, vor allem die Vereinten Staaten und Großbritannien, als Teil der abramitischen Segnungen strategische Seewege rund um die Welt kontrollieren würden. Die Bibel sagte jedoch auch voraus, dass Amerika und Großbritannien die Kontrolle über diese Seewege aufgrund von Ungehorsam verlieren würden. Mehr dazu in unserer kostenlosen Broschüre. Er hatte Recht. Besuchen Sie uns auf unserer Webseite deeprosaune.de Nun zurück zur Frage. Ist Deutschland das Opfer amerikanischer Grausamkeit? Nehmen Sie die jüngste Geschichtsausgabe von Kompakt. Der Titel des Magazins Die Todeslager der Amerikaner Während sich alle auf die deutschen Todeslager während des Krieges konzentriert haben, behauptet das Magazin, dass die Grausamkeiten der Amerikaner übersehen worden sind. Das Magazin schreibt, Das Massensterben deutscher Kriegsgefangener auf den Rheinwiesen war kein sogenannter Kollateralschaden, sondern wurde bewusst herbeigeführt. Verantwortlich für die Lager war der Oberkommandierende der US und der alliierten Streitkräfte, General Dwight Eisenhower, der unser Volk über alle Maßen verachtete. Zitat Ende Die Botschaft ist unüberhörbar. Amerika hasst uns und hat uns in böser Absicht unterdrückt. Vergessen sind Amerikas Großzügigkeiten. Vergessen ist auch die Tatsache, dass viele deutsche Kriegsverbrecher ungestraft blieben, dass viele Industrielle ihre Geschäfte weiterführen durften, dass die deutsche Armee nur wenige Jahre nach Kriegsende wiederbelebt wurde und dass die USA Westdeutschland vor den Verbrechen schützten, die von Sowjetrussland in Ostdeutschland begangen wurden. Kompakt ist das, was die deutschen Mainstream-Medien als rechtsextrem bezeichnen. Nichtsdestotrotz hat die Zeitung Zehntausende von Lesern und die Partei, die es unterstützt, ist derzeit die zweitbeliebteste Partei in Deutschland. Die Alternative für Deutschland. Der Vorsitzende dieser Partei hat sich kürzlich ähnlich geäußert. Er sagte, ich finde es allerdings grundsätzlich problematisch, Gedenken immer mit der deutschen Schuldfrage zu verknüpfen. Der Mainstream scheut solche Gefühle. Aber Anti-Amerikanismus ist nicht nur ein Problem der deutschen Randparteien. Immer mehr Mitglieder der etablierten Parteien wechseln die Seiten. Thorsten Schulte arbeitete früher als Bankier und war 26 Jahre lang Mitglied der CDU. Im Jahr 2017 war sein Buch Kontrollverlust die Nummer 1 auf der Spiegel-Bestsellerliste. Gerade als er den Höhepunkt seiner Popularität erreichte, wurde er vom Mainstream gemieden, weil sein Buch den Umgang mit der Migrationskrise in Deutschland kritisierte. Schulte ging schnell dazu über, nicht mehr Deutschlands innenpolitische Entscheidungen zu beklagen, sondern Amerika die Schuld an den deutschen Problemen zu geben. Zwei Jahre später schrieb er fremdbestimmt. In der Amazon-Beschreibung heißt es, Thorsten Schulte demaskiert in diesem Buch die Geschichtsschreibung der Sieger, deckt Unwahrheiten, Halbwahrheiten und das Weglassen wichtiger Fakten in unseren Medien auf. Er entlarvt das verzerrte Geschichtsbild, das immer noch zu einem Schuldkomplex der Deutschen mit verheerenden Folgen führt. Erst dadurch wird seine Gefahrenanalyse in diesem Buch für das heutige Deutschland verständlich. Zitat Ende. Das gilt nicht nur für die rechte Szene. Der Hass auf Amerika ist in Deutschland so stark, dass er die Extreme des politischen Spektrums vereint. Eine Schlagzeile des Tagesspiegels vom März bezeichnete den Anti-Amerikanismus als Zitat In einem Artikel vom Juni 2022 hob die Zeitung die Welt hervor, wie die Deutsche Linke den Ukraine-Krieg, dem US-Imperialismus und die Zusammenarbeit zwischen der NATO, der Europäischen Union und der Ukraine zuschiebt. In anderen Worten, die USA sind schlimmer als der russische Präsident Wladimir Putin. Das ist der Grund für die Feindschaft mit Russland. Dies ist eine wachsende Stimmung in ganz Europa. Die Zeiten, in denen die deutsche und russische Zusammenarbeit den Tod von Millionen von Menschen in Osteuropa verursachte, sind vergessen. Amerika wird die Schuld gegeben. Die Geschichte wird umgeschrieben. Amerika ist sicherlich nicht tadellos. Gott selbst macht Amerika für das Böse, das es verbreitet, verantwortlich. Aber seine Perspektive auf Amerika ist eine ganz andere. Wie die verstorbene Herbert V. Armstrong in dem Buch die USA und Großbritannien in der Prophezeiung erklärte, stammt Amerika vom alten Israel ab und ist der Mittelpunkt zahlreicher biblischer Prophezeiungen. Sie können ihr kostenloses Exemplar auf unserer Webseite diepozaune.de anfordern. Eine dieser Prophezeiungen steht in Jesaja 10, wo Gott das Israel der Endzeit als gottloses Volk und das Volk, dem ich zürne, bezeichnet. Gott erhebt die Assyrer, das moderne Deutschland, um Israel zu bestrafen, weil er möchte, dass sein Volk bereut und die Welt zu Wohlstand und Frieden führt. Die biblische Identität Deutschlands wird in unserer kostenlosen Broschüre Deutschland und das Heilige Römische Reich ausführlich erläutert. Aber dieses Kapitel in Jesaja zusammen mit dem Buch Nahum und Offenbarung 17 zeigt, dass Deutschlands Zorn und Gottes Zorn nicht dasselbe sind. Deutschland mag einige Fehler Amerikas erkennen, aber Deutschland nimmt es Gott übel, dass er eine große Absicht mit dieser Nation verfolgt. Das wiederum erregt Gottes Zorn und veranlasst ihn zu dieser Frage. Vermag sich auch eine Axt zu rühmen wie der den, der damit haut? Jesaja 10, Vers 15 Mit anderen Worten, wer seid ihr, dass ihr die Entscheidung eures Schöpfers in Frage stellt. Wenn ich euch benutzen kann, um mein Volk zu bestrafen, kann ich dann nicht auch den Grund und Ausgang dieser Bestrafung entscheiden? Gott hat einen Plan für die gesamte Menschheit, um in Harmonie zu leben und er kann ihn verwirklichen. Gott macht Amerika für seine Sünden verantwortlich. Aber er macht auch Deutschland dafür verantwortlich, dass es seinen großen Plan nicht sieht und sich diesem Plan nicht unterwirft. Die Bibel zeigt aber auch, dass Gottes Methode der Belehrung Früchte tragen wird. Es wird prophezeit, dass Deutschland und Amerika in Harmonie leben werden. Das können Sie in Jesaja 19 lesen. Mehr dazu erfahren Sie in unserer kostenlosen Broschüre Die wunderbare Welt von morgen von Herbert W. Armstrong Fragen und Kommentare können Sie auch gerne an info at diepozaune.de schreiben. Unsere deutsche Abteilung im englischen Regionalbüro erreichen Sie unter 0044 178 95 81 912 Mein Name ist Joselio Michels. Beobachten Sie weiterhin die Welt, in die wir leben. Bis zum nächsten Mal.